Okay, wir machen noch die zwei Treadle-Packs auf. Würde ich sagen. Einmal das Premium-Gold-Spieler-Pack. 80 plus garantiert. Vielleicht ziehen wir einen Shapeshifter. Oh mein Gott! Auf Ansage! Liege aus dem Werteil. Ach, es ist... Oh mein Gott. Den hab ich doch schon! Kukurella! Oder, wie wird er ausgesprochen? Kurella? Ist das eine C? Ist das stumm? Kurella? Sehr, sehr nice! Aussieder 93 plus... Äh... Geschichte... Shapeshifter-Dingsbums da. Die Player-Pack. Ey, mega nice! Er ist tradable! Was haben wir gesagt? 50.000 Münzen ungefähr, ne? Wir machen mal leicht über teuer, bieten wir ihn an. Ich hab ihn untrade schon im Verein. 53k bieten wir mal an. Fettes GG. Und dann noch das zweite Tradable-Pack. Das Prime-Gemission-Spieler-Pack. Ey, das ist doch mega! Da haben wir die Coils doch so gut wie wieder drin. Das ist ja mega geil. Das ist ja mal mega nice. Da kannst du nichts gegen sagen. GG, let's go!